so und willkommen zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe heute möchte ich gerne mal eine neue linux distribution vorstellen und zwar eine die sich vor allem an spieler richtet und zwar garuda linux doch wieso genau diese distribution so einen kleinen haken hat dazu komme ich im verlauf des videos und zwar wird wird in diesem video dass die installation gezeigt und auch das grundlagen video deswegen wird es ein bisschen länger als sonst ihr könnt mir immer in die kommentare schreiben wie ihr es findet was ich verbessern könnte haut bitte rein und zwar basiert garuda linux auf arsch ist also auch eine rolling release distribution und basiert oder hat als datei system standardmäßig btrfs mit dem man nämlich schnappschlüsse machen kann im system verbaut mitteln beziehungsweise timeshift ja so sieht es aus relativ bunt wenn wir jetzt hier mal auf die homepage zusammen gehen und das ganze anschauen garuda linux die distribution kommt aus indien also das ist eine indische distribution und natürlich entwickeln weltweit leute auch dran aber der ursprung ist aus indien so als desktop haben wir natürlich sehr sehr viele varianten wenn ich nämlich ein bisschen runter scrollen wir haben hier wahnsinnig viele verschiedene sachen wenn ich nämlich auf download klicke dann sehen wir hier 4 gb ram mindestens 30 gb festplatten platz braucht euer system und natürlich ist es nur für 64 bit geeignet wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter runter scrollen dann erklärt er uns das installationsprozedere vor allem wenn wir oefi oder nicht oefi haben und natürlich hier die live session mit user und passwort jetzt haben wir hier natürlich verschiedene desktop umgebung wir haben natürlich zum einen klar das klassische kde dann natürlich genommen dann natürlich sind wir haben xfc wir haben mails wir haben lxqt was wir testen wir haben away fire das wollte ich eigentlich ursprünglich testen aber leider gottes hat es mir nie die maus angezeigt das ist irgendwie ein bug mir hat die den dem auszeigern nicht angezeigt und unter virtual box zum beispiel wollte es gar nicht erst starten also war nicht wirklich toll wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter runter scrollen wir haben noch sway dann den hier noch also ihr seht hier eine ganze menge desktops kde lite natürlich und natürlich hier noch kde git also ihr seht eine ganze ganze menge dann würde ich sagen schauen wir uns einfach mal an wie sieht das ganze in der virtuellen maschine aus so da werden wir jetzt schon dann tun wir erst mal unsere sprache auswählen natürlich deutsch dann wähle ich noch hier dass die zeitzone aus und natürlich hier noch entsprechende tastatur layout und jetzt haben wir den unter die die möglichkeit mit invidia treibern zu booten oder mit open source treibern je nachdem ich persönlich entscheide mich hier für die invidia treiber da würde ich sagen starten wir doch einfach mal da von und dann sehen wir uns bei der installation auch wieder weil das ist nämlich eine ziemlich coole sache wie gesagt ich selber habs mit virtual box getestet keine chance lässt sich leider nicht installieren kommen immer wieder error meldungen und hängt sich permanent auf also echt nicht schön und unter vmware klappt es eben mit der desktop umgebung lx qt was ja auch so ein bisschen habe ich persönlich den eindruck so ein bisschen an xfce angelehnt ist und ihr seht ihr jetzt starten die ganzen sachen so da werden wir jetzt hier schon im garuda linux raptor drin dann haben wir hier verschiedene sachen zu denen kommen wir gleich wir klicken hier auf install garuda linux wir können aber auch hier den installationsprozess starten aber ich klicke hier auf install garuda linux dann öffnet sich genau hier das installationsprogramm was ich schon mal positiv hervorheben möchte im vergleich zu den älteren versionen kann man jetzt relativ gut sehen ja die schrift das war nämlich vorher wirklich so ein ziemlich krasser kritikpunkt dass du einfach nicht gesehen hast wie wo was deutsch ist in ordnung ich klicke auf weiter zeitzone hat er jetzt sehe ich hier zürich obwohl ich ja habt ihr gesehen vorher eingestellt habe berlin also wieso der jetzt hier wieder berlin ist so klick auf weiter tastatur layout deutsch deutschland ist richtig dann klicke ich hier auf weiter jetzt fragt er mich hey wie möchte ich das ganze installiert haben dass sie die testweise schon mal installiert habe kann ich jetzt natürlich sagen ich möchte gerne das ganze ersetzen ich möchte das ganze parallel dazu quasi wie dual boot ich möchte aber gerne gesamte festplatte löschen swap möchte ich nicht und wir sehen hier btfs ist standardmäßig ausgewählt wir können natürlich unser system noch verschlüsseln das mache ich jetzt aber mal nicht und klicke auf weiter jetzt tun wir hier unseren benutzernamen und passwort eingeben das ist auch wichtig dann soll er mich bitte nicht immer nerven beim anmelden mit dem passwort das geht aber auch nur deswegen weil ich natürlich das ganze weil ich quasi der alleinherrscher bin bei meinem rechner und wir sehen jetzt hier schon so ein bisschen das sieht ein bisschen ja wir sind transparent ja kann man machen aber ja wenn ich jetzt zum beispiel ja nicht so präckend klingt auf installieren jetzt installieren und jetzt seht ihr hier wird das ganze garuda linux system installiert das dauert natürlich einen kleinen moment wichtig ihr braucht mindestens 25 wenn ich sogar eher 30 gigabyte eben habt ihr gesehen freien festplatten platz sonst lässt sich das ding hier nicht installieren und jetzt werden die ganzen abbildung entpackt und so weiter hier kriegen wir noch ein paar infos wenn ich hier mit der linken maustaste drauf klicke hier auf das bild kann ich quasi weiter klicken eben btfs und ich würde sagen wir sehen uns auch hier gleich wieder man kann natürlich auch hier noch das log file nachverfolgen was er quasi aktuell macht oder auch nicht so und jetzt seht ihr hier dass er jetzt gerade am konfigurieren der hardware ist die einstellung für die lokalisierung hat er schon gemacht jetzt installiert er gerade habe gerade eben gesehen den bootloader grub 2 natürlich und jetzt tue ich hier noch die ganzen anderen sachen installieren beziehungsweise konfigurieren installiert so gesehen ist das system an und für sich schon das muss halt nur noch die ganzen konfigurationsschritte noch mal durchleben und alles erledigt perfekt so wir klicken auf jetzt neu starten haken setzen dann ist das so ein grüner grüner bubbel klicke auf erledigt und jetzt stoppen erst mit die ganzen services bevor dann die virtuelle maschine neu startet hier habt das so und jetzt haben wir natürlich hier genau nämlich das was ich halt befürchtet habe und zwar erst mal auf deutsch dass er tatsächlich nämlich von dem usb beziehungsweise stick bootet das wollen wir ja nicht weil genau das ist eben das jetzt bootet er nämlich von der isola teil so jetzt muss ich tatsächlich das system noch mal komplett löschen und neu installieren weil der mehr jetzt irgendwie den desktop nicht aufgebaut hat und die 20 gb oder 30 gb die installation braucht benötigt und so weiter die waren auf einmal auch weg komisch aber ja könnte man schon fast sagen wieder ein weiterer minuspunkt aber ich tue seine virtuelle maschine installieren da verzeihe ich ihm das jetzt noch da kann das sicherlich schon mal vorkommen wir klicken hier oben auf garuda linux und starten dann von dem system was wir eben installiert haben bin gespannt ob es diesmal klappt mal gucken ihr könnt mir meine kommentare schreiben hattet ihr schon solche erlebnisse oder noch nicht das hier ist jetzt die animat die wir haben zwar ein lx qt desktop aber das ding ist so zusammengewürfelt mit verschiedenen sachen ihr werdet gleich sehen was ich meine und jetzt startet hier seht ihr kde plasma obwohl wir ja wie ich ja schon gesagt auf eingangs den kde beziehungsweise lx qt desktop haben wieso der kde plasma kommt es mir ehrlich gesagt rätsel bin ich ganz ehrlich ihr könnt mir immer gerne mal dazu eure gedanken meinungen und so weiter wie immer in die kommentare schnuppeln was soll ich sagen es ist genau das passiert was ich dachte wir bekommen jetzt quasi einen der willkommen screen bekommen sogar ruder linux ich klicke auf ok dann gebe ich immer meinen sudepartset ein wie ihr quasi sehen könnt ihr nichts richtig das ist mal um es mal wortwörtlich zu sagen ein richtiger schuss in den ofen also das finde ich jetzt so ein bisschen leicht schwierig jetzt bin ich mal gespannt ob er vielleicht mit einem update hier was er hier noch einspielt initialisiert sehe ich hier will er doch noch ein paar sachen updaten bin ich mal gespannt weil normalerweise seht ihr hier also irgendwas fehlt hier also normalerweise müsste hier wirklich jetzt der desktop kommen ich habe zwar hier unten die icons so wenn ich hier drauf klicke dann öffnen sie auch die entsprechenden sachen aber das kann es ja irgendwo nicht sein dass ich dass es jetzt quasi so eine watsche ist dass es einfach nicht klappen will weil eigentlich wollte ich euch jetzt wirklich die distro mal richtig vorstellen aber das wird glaube ich das erste mal in meiner in meiner youtuber laufbaren geschichte sein dass ich hier quasi das ganze abbrechen muss theoretisch klar könnte ich noch eine andere desktop umgebung benutzen aber ich wechsle doch jetzt nicht schon wieder eine andere nur weil die entwickler jetzt auf die kette kriegen vor allem frage ich mich wer testet das bei denen also frage ich mich jetzt wirklich bin ich bin ich bin ich ganz ehrlich zu euch wer testet bei denen das oder haben die überhaupt tester ich weiß es nicht mir kommt ziemlich nichts so vor weil das ist wirklich für mich richtig richtig ja unfertig bin gespannt ob bei euch das funktioniert kann auch an meiner hardware liegen wobei auch das bezweifle ich sehr stark weil ich habe im insel core 7 8700k das ist nicht der schlechteste auch in der heutigen zeit würde ich mal behaupten es ist nicht der aller schlechteste CPU aber wenn ich wirklich dazu mehrfach böse gesagt gezwungen werde verschiedene desktop variante auszuprobieren bis das funktioniert also da muss ich sagen halte ich von der distribution ehrlich gesagt groß möglichen abstand weil ich finde das hat ja auch so ein bisschen was mit testen zu tun und das ist für mich so das perfekte parade beispiel dafür dass die irgendwie ihre internen test pro test prozesse und so weiter irgendwie nicht richtig keine ahnung weiß ich nicht ihr könnt mir meine kommentare schreiben ob ihr das schon mal erlebt habe in der linux distribution aber so macht es definitiv nicht spaß weil prinzipiell muss ich sagen wäre es schon eine richtig coole distribution warum weil du halt weil du halt verschiedene grafische tools hast mit denen du sachen installieren kannst und genau da kommt eben auch so ein bisschen das problem du hast da ein tool da ein tool da ein tool da ein tool und irgendwie alles zusammen und da noch in diesen quietsch farben und das ist eigentlich eine heidenkatastrophe wenn man es so sehen will wie gesagt jetzt tut er hier noch abgraben ich glaube zwar nicht dass sich nach dem neustart sich irgendwas ändert man kann es probieren jetzt hat er ja hoffentlich bald alles geupdatet installiert gemacht getan da bin ich doch mal gespannt wenn er jetzt alles geupdatet hat ob es funktioniert oder nicht haut zwar in die kommentare was ihr so davon haltet was ist so davon denkt so jetzt hat er alles quasi installiert press enter schau da noch nach ein videotreibern und wie wir sehen können haben wir jetzt hier eine ganze liste von sachen die wir installieren können ja kann man machen muss man aber nicht das ist eben wahnsinn was wir quasi alles hinzufügen können oder auch nicht ich schließe das ganze jetzt mal ich mache jetzt hier provisorisch mal einen neustart ja vielleicht klappt es ja dann wer weiß ich habe immer noch wenn ich ehrlich sein soll hoffnung dass es jetzt mit dem neustart funktioniert hat weil das ist auch so etwas bei der alten also bei der anderen desktop umgebung wo ich euch ja zeigen wollte da hat alles funktioniert bis auf dass die maus nicht angezeigt wurde und hier haben wir jetzt das problem dass er irgendwie ja dass diese version irgendwie buggy ist und wie schon mal gesagt ich werde jetzt keine weiteren videos dazu machen bis sie es gefixt haben wenn sie es mal gefixt haben vielleicht sehen sie es glaube ich zwar nicht aber wer weiß ich persönlich finde es halt richtig richtig schade weil es einfach für mich die distro ist wo natürlich schwächen hat natürlich aber auch sachen hat wo ich sagt die ansätze finde ich gar nicht mal so übel wie jetzt eben habt ihr gesehen dass wir hier im menü sachen einstellen kann etc 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 oder wenn ich jetzt hier dieses dieses gar oder gaming hab sehnliche games oder hier steam installieren kann oder eben rein direkt in einer oberfläche oder eben luthis luthres also oder eben battle abzudessen stunden sachen wo ich sagen muss gar nicht mal so schlecht nur was nützt mir das alles wenn das system an und für sich wie ihr hier sehen könnt nicht funktioniert es ist einfach nur zum schreien schade drum ich hätte es gern getestet für euch aber so wie gesagt definitiv nicht mal gucken vielleicht wird es im halben jahr besser ich werde es im dezember noch mal probieren dann bin ich mal gespannt ob die das behoben haben ich verabschiede mich von euch mit diesem video jetzt ist gern gezeigt alles noch mehr aber in dem fall geht leider nicht und ihr könnt mir immer in die kommentare schreiben was ihr noch so für sachen sehen wollt ich sag trotzdem danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss